Hallo liebe Zuschauer und Freunde, hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live mit einer weiteren Analyse zu Google, sprich Alphabet. Hier sehen wir jetzt folgendes Bild und bevor wir weitermachen, erstmal liken und das Ganze natürlich auch dann nachher kommentieren, teilen, abonnieren und bitte eine Kanalmitgliedschaft. Ich etabliere hier eine riesige Analyse-Platrate mit einem festen Plan. Jeder Markt erscheint zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen, über 40 Märkte. Lasst eine Kanalmitgliedschaft da, um das zu wertschätzen und dann werde ich diese freiwillige Leistung auch entsprechend für euch fortführen. So, jetzt geht's los. Hier oben haben wir bei Google Alphabet hier zum Jahreswechsel 2021, 2022 die Welle 1 hier erreicht, gehabt bei 151,82. Seitdem sind wir in der Konsolidierungsphase. Die Welle 2 erwarte ich im Bereich 72. Hier unten sehen Sie es. Und hier haben wir dann die dazugehörige, Entschuldigung, die Welle A, die Welle B und die Welle C. Die Welle B hat noch Luft nach oben, bei ungefähr 120. Aktueller Kurs bei 109. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten, um dieses Stückchen hier unten mitzunehmen. Und diese Welle B besteht ebenfalls wieder aus einer A, B, C. Und jetzt gehen wir in den 4-Stunden-Chart. Hier sehen Sie die Marken. Sie können das Standbild nutzen, um sich die aufzuschreiben. Hier im 4-Stunden-Chart haben wir dann nochmal die A, B, C. Und hier zunächst mal sind hier auf diesem Weg hier die 1, 2, 3, 4 und die 5. Hier wird hier beendet sein vermutlich. Wir werden jetzt hier die A bei 114 beenden und dann geht es runter in die A, in die B, hier in die C der B und der letzte Aufstieg. Auffällig ist auch hier, dass es erstmal nach oben geht. Das heißt, diese ganze Geschichte mit fallenden Kursen, ja, die kommt, aber nicht unmittelbar, sondern wir haben erstmal, und das haben die anderen Aktien, ich zeige es Ihnen ja in den nächsten Videos auch, alle gemeinsam, es geht erst nochmal ein Stückchen nach oben. Und das jetzt auch darauf schließen, so wie es mein Nestec-Analysier auch sagt, es geht auch dort erstmal nach oben. Also, bleiben Sie dran. Bis zum nächsten Video. Der Frank Schuh von Eliard Waver Live.